So, die Kamera steht auf dem Stativ. Ich habe mich bemüht, den Horizont einigermaßen gerade zu machen und den Laternenmast möglichst senkrecht. Das Gitter ist auch angeschaltet, dass man es sieht. Und jetzt starte ich mal die Videoaufnahme AVCHD und man sieht, ohne dass die Kamera bewegt wird, kippt der Horizont nach links unten weg. Und wenn ich die Aufnahme stoppe, sieht man, wie es auch wieder zurückspringt.